hallo mein liebes herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin marga eska ich bin über 60 jahre alt darum heißt der kanal marga eska kanal 60 plus plus oder 60 wird jemand besser das möchte kann man ja 50 plus und 60 will meine leben was mache ich heute heute komme ich zu euch mit meinen augenbrauen augenbrauen das ist ein teil bei meinem make-up da verlieren ist verlieren am meisten zeit manchmal dauert zehn minuten bis ich die fertig habe ich benutze keine pomade weil alleine von wort pomada bin ich schon schmutzig ich benutze stifte habe kosmetik von elisabeth arden und von catrice das sind meine hauptstifte und danach benutze ich ja so von maybe line diese mascara so dass was alles hält und hält bei mir ist es so mein make-up wenn ich arbeiten gehe arbeite ich zwölf stunden lang mein make-up muss ja mindestens 13 stunden halb halten und am meisten ist der fall okay dann mache ich ja jetzt ein bisschen näher zu euch und zeige euch wie ich meine augenbrauen ja malen am malen kein namen ok na dann so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020